Wir gucken heute in Fitchmant Creed Valley 2 rein. Dankeschön, Töttl. M-Mたい. Where are we going now? OOOOOHGHH Everything's getting gloomy. Just follow me, Piper! The nightmare ran this way! Hurry, Dusty! Soon the mind will be shrouded in darkness! Eh, the fear of the dark is just a small scare. GREAT- Das schauen wir uns heute an. So kann ich mich bewegen stand da gerade äußeres gehirn also wenn ich das richtig verstanden habe kämpfen will gegen albträume we can't pass through this thick gloom blauer batterie sockel the lamp post needs a blue synapse battery to work okay ist das eine batterie was da unten liegt euch wollte ich nicht schlagen sorry So hier lang Wir können das angreifen Komme ich hier auch hoch? Nee Und jetzt packen wir die batterie hier oben rein Inventar öffnen Gegenstand verwenden Oh und mit dem licht machen wir jetzt das ding weg Okay cool Also wie ihr gerade schon seht ist das so ein kleines action game Mit so einem kleinen vogel So wir brauchen wieder eine neue batterie So wir brauchen wieder eine neue batterie Geil Und jetzt kann ich mir darüber den hier holen Und kann mir den jetzt quasi wieder mitnehmen Dann kann ich da oben Dann kann ich da oben den goldenen reinpacken Oh warte mal Oh warte mal Oh warte mal Ich könnte jetzt den hier verwenden Dann komme ich hier weiter Aber ich will erstmal nach links Ich könnte quasi auch den hier hinpacken Und könnte dann hier nach oben über die Bleistifte Ach da brauchen wir eine orange batterie Okay eine orange batterie haben wir noch nicht Na gut Dann gehen wir mit dem blauen erstmal Und gehen nach rechts Also genau so stelle ich mir vor sieht mein Großhirn aus Vor allem wenn ich dringend schlafen muss Das ist ein Goldfisch Süß Oh ich soll dem ausweichen Oh was für geile Mucke ey Au 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 Das Schwein sinkt für uns Das Schwein sinkt für uns Oh ist das süß Oh ist das süß Just Let's go Das ist ultra cute Holy shit So und jetzt können wir den hier aufnehmen Anybody home? The big bad pig is gone Think the mind you are here dusty Ich hab's grad an Ich hab's grad am Pizze 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 an Ja Ich hab's grad am Pizze an Ich hab' mit meinem Hirn regnet das auch, aber Hier kommen wir noch nicht durch, ne? Au. Äh, die gelbe Batterie, die orange genannt wird. Ja, ja, genau die. Oh, wir können einen Rollangriff machen. Au. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich jetzt noch nicht so gut an. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel noch ein paar Mal sterben, um ehrlich zu sein. So, und ich kann, jawohl, wir haben hier noch einen blauen Stein, den wir reinpacken können. Nein. Nein. Yikes! Stay in the light, Dusty! Und jetzt kann ich mich hier draufstellen. Ah, cool, und wenn ich mich draufstelle, aktiviere ich das andere Ding. Jawohl. Äh. Geil. Also, so stelle ich mir mein Gehirn auch vor. So verwirrt. Das Game erinnert mich an Kurt in The Lamp. Hätte Hang und Zombie damals gezockt. Vom Stil her meinst du? Hallo, Illy. Hallo, Illy. Ey, das ist mein Leben. Wartet mal, ich kann mich ein bisschen weiter hier reinschieben. Das ist meine Lebensanzeige da links. Oh, das ist wieder ein Kampf, ne? Ja. Ow. Ja, chop the Shadow Salad, Dusty. Chop the Shadow Salad. No need to quake in your feathers, Piper. You're accompanied by courage. I'll think of something. Alter, so eine Mucke, die Mucke ist ja einfach nur geil. Okay, ja. Lighten up, pig. It burns. Wee, wee, wee. Ich kann das treten. Wir haben das kleine Schwein getreten. Und jetzt ist es wieder da. Ich komme da. Ich komme da. Alter. Oh, er hat ein kleines Arschloch. Oh, guck mal. Er hat ein kleines Arschloch. 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 Aber... Was hat das passiert? Ich schluss mich, das ist 58 Monate. Es war... Es war... Oh, es war... Oh, warte. Das ist nicht alles. Es geht nicht. Ich bin so schluss von diesen fachlichen Gedanken. Und jetzt ist das Nachtmärme auch weg. Häng in da, Dusty. Ich bin sicher, dass wir ihn wieder finden können. Ja. Okay, Piper. Du bist richtig. Lass uns in diese Höhle. Dankeschön nochmal, Flossi. Ey, das ist ultra süß. Holy shit. Vor allem schmeißt einen das einfach so rein und das ist einfach, das ist richtig süß zu sein. Das ist voll sad. Oh mein Gott. Der Traum, Musiker zu werden, wurde hier begraben. Ist das ein Stadion vor? Lass uns das Haus runterbringen. Stopp, haggen die Stadion, Piggy. The stars have arrived. It's showtime. Prepare to be devoured by darkness. Now something's moving, is it all in your hand? Is it the will of someone under your bed? It's like death awaits you. You're upskill wickedness is what shadows hide. Don't underestimate the power of the dark side. It's black death awaits you. Oh, 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 oh. Alter, wie süß ist dieses Game, bitte? Was ist das? Stage fright? Ha! Look at him fry! Blackhog down! Just another day at the office. The fear of the dark is done haunting the mind. Mom? Is Dad coming home soon? He must be working a bit late. He should be here any minute now. Hold on, honey. Hey, where are you? Hi! I took a short break from work. I'm at the new house! It'll be hours soon, Angela. We only have to sign the contract. I had to go and pick it up. Great news, huh? Uh, sure. That's great. The dinner reservation was at 8, right? The babysitter is here in a half an hour. Dad! I brushed my teeth already! Where's my bedtime screen? Oh, the date. Uh, was that tonight? But I'm not done at work. I'm afraid we might have to- What? Extra hours? Really? Again? Oh, I'm sorry that I'm working for our house! Uh, yeah. I guess you are. You know what's important. Oh, you are! I'm trying my best here, Angela. Look, I... I... I gotta go. Mayor! What are you doing here? I've come to call upon you an urgent task. No problem, Mayor. All you have to do is ask. The moral compass has been unaligned and twisted the beliefs and the morals of the mind. You mean, there's trouble in Creed Valley? There's yet another nightmare unconfined. Let's move quick before we run out of time. All right, more action. We're right behind you, Mayor. I can't believe it! We're going to the valley! I think this will be one of my favorite games of the year 2023. Holy shit. It's so sweet. Wir sind auf der Glaubensspur. Das war nur der Vorspann, ja. Man kann das auch zusammenspielen. Das hat eine Couchcorp, das Game. The mind's worldview is maintained here, right? Looks pretty much as I remember it. It looks way cooler than in my books. The times have changed. Now the mind's out of luck. Something is keeping this place closed and stuck. Hmm. Doesn't sound good. Closed-minded. All the time. But hey, let's find a way to open the mind. A perspective switch is the key to your success. And of course, whacking the nightmare causing this mess. This is your task and all you need to know. You can count on us, Mayor. See you back home. Come on, Piper. Let's go. Ich gucke gerade, auf welchen Plattformen es wann wie wo da ist, um einmal sicherheitshalber nachschauen zu können. Also, wie es aussieht, gibt es das auch für die Playstation. Korrigiert mich gerne. Und auch für die Switch. Hallo, PC-Freaky. Oh, wir sind engstirnig jetzt gerade. Oh, gucke mal. Bitte sei kein Schwurbler. Meinungen über Häuser. Ansprechen. Hey, Opinion. Können Sie uns helfen, einen Perspektive-Switch zu finden? Ich kann dir helfen, ein Haus zu finden. Das ist wahrscheinlich das, was du brauchst. Ein Haus ist, wo das Herz ist. Hallo, Geiler. Das war hilfreich. Definitiv, kassier. Alle Bumblebee. Und wer wohnt hier? Oh, noch eine Meinung. Oh, ja? Also dann kommt er nicht hoch, okay. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, Crimson Key, ich glaube nicht. Huh? 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 You steaming pile of crap! Oh, bless your... Alright, hold on for a second. Finally, some civility. The ignoramus over there cannot get it into his little head that a steady job is the basis for all else in life. Oh yeah? There is more to life than work. Oh, a marvelous display of reluctance to accept the facts. The lights are on over there, but nobody's home. Blah, blah, blah. Yadda, yadda, yadda! Talking louder won't help you understand my side of things. I can't even hear my own thoughts over how wrong you are. If you could just say things from my point of view, we wouldn't even have this argument. Oh, get off your high horse. You have no idea what you're talking about. I don't need anything. Ah, es ist wundervoll. Oh. Ah, Thoughtblocks. They are very dedicated. Denkblockaden. What if you're in the way? You learn, you shouldn't be. Yikes. I read about analysis paralysis. Denkblockaden. Ist das süß. Up we go. Whoa, what the? Oh no, the pipe blue. Looks like we have some plumbing to do. Ach, da kommt man nicht weiter, ne? Aber so komme ich weiter. Ey, der Artstil ist wunderschön. Ich bin richtig excited gerade. Also ich wusste ja, dass es süß wird, aber nicht wie süß es ist. Die horrible, lively music that my neighbor is playing, it is corrupting the young. I'll stay locked in here, safe in my scrap garden. Wie der Dude dance. Was mein Kopf 99% der Zeit zu Hause macht. Dankeschön Jani war für die zwölf Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin, Dankeschön. Nein, wir haben sie ausgemacht. Hm. 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 Okay, wir müssen bessere Musik für ihn finden. Hm. A bunch of shards. That stone's glowing. There must be more shards in there. A little bit of brute force will get him out. Hm. The shards are merging, but I can't make out what they're forming. They must be pieces of a memory. So, und dann können wir hier drauf klicken. Für den ersten Teil habe ich keinen Link, nee. Achso, für den Teil schon, für den ersten nicht. Halalalalalala, That's our nightmare. And the reason the mind is stuck. ich kenne das spiel das von damals ja maler kinn ist mega cool geil weil im chat die frage stand ich habe einmal also das ist ein placement dass ich euch das spiel heute zeige wir werden dieses spiel aber definitiv fertig spielen dass ich finds mega schön und ich werde das auch an cut auf youtube hochladen für alle dies verpasst haben wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das ganze natürlich über meinen link holen wir haben aber auch gerade schon gehört dass es gerade im angebot den ersten und den zweiten teil im bundle gibt ich glaube mein link führt nicht direkt zum bundle das heißt ich verstehe auch vollkommen wenn ihr euch einfach das erste und den zweiten teil im bundle holen wollte dass das mega mega schön spiel wenn ihr mich trotzdem unterstützen wollt freue ich mich trotzdem wenn ihr über meinen link auf den steam store ach doch blödsinn er kommt direkt zum steam store das funktioniert mega cool das heißt ihr könnt über meinen link quasi euch zum steam store weiter verlinken lassen das bringt mir dann natürlich was weil die spielentwickler dann sehen oh gucke mal leute haben über joker unser spiel gefunden lasst die zukünftig auch für kooperationen buchen aber macht euch bitte keinen stress also wir können jetzt sicher dass hier einmal klauen und damit können wir jetzt andere musikspielen gehen hinten drüben oder safe so und jetzt packen wir hier einmal rote musik rein vorher war es ja grüne oder das ist doch kein rohr das ist eine pfeife gut und seine herrchen aufgestellt hat süß süß ah weil pipe ic so jetzt müsste ich doch hier theoretisch gesehen auch eine grüne musik reinpacken können das sieht jetzt anders aus als vorher aber ich komme ja trotzdem nicht durch und mit dem rohr kann ich hier nichts machen hier kommen wir aber auch nicht weiter hier kriege ich nur mehr ausdauer die brauche ich aber gerade nicht versteht ihr wo wir hin müssen dankeschön riemen für acht monate und ganz viel spaß hier weiterhin dankeschön also ich habe für irgendwas ein rohr freigeschalten aber ich habe nicht verstanden wofür ach meint ihr dass man hier gar nicht weiter kommt für den aufzug oder nicht also wieder komplett zurück 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 zu den anderen meinungen dann komme ich hier gar nicht weiter an der stelle das ist möglich ne aber wenn ich die batterie mit nehme dann hat der da hinten doch gar nichts an batterien ich kann dem doch nicht einfach eine batterie klauen und die dann nicht ersetzen das ist ja grausam ich muss da runter ich bin ja auch ein bisschen lost ich habe nicht gecheckt dass da hinten dass da unten dass das ich bin halt auch einfach ein bisschen lost ne wir haben wirklich ne wir haben wirklich ein wat müssen wir finden ein perspektiv switch und den müssen wir uns auch noch angucken heute und dann die 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 Toaster. I mean, ja, why not, I guess. Okay, ich glaube, das bringt mir erst mal so nichts. Hier komme ich aber auch nicht runter. Ach, das bringt mir auch nichts. Ich muss mit dem Ding komplett runterfahren. Sonst komme ich da nicht ran. Now I see. Now I see. Dankeschön, Ascabi, für 34 Monate und den Tier 2 Sub. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, wir müssen einmal quasi hier jetzt runter. Dann müssen wir da in den unteren Stock. Dann müssen wir hier durch. Und damit können wir jetzt hochfahren. Und damit haben wir dann die Batterie. Okay. Okay, und jetzt muss ich überlegen. Und kann jetzt das hier reinpacken. Geil. Einmal geschafft. Und noch mehr Toaster. Wir kämpfen gegen Toaster, alles klar. So, wir kämpfen gegen Toaster, alles klar. Wir sind jetzt weltoffen, Leute. So, was haben wir jetzt hier unten? Try to give the perspective switch another whack, Dusty. Meinungen über Traditionen. Challenge our Traditionen. Or we'll never progress. That is no good. Okay, wir kommen halt hier jetzt noch nicht durch. Das heißt, ich muss eventuell nochmal draufhauen. Jetzt sind wir wieder engstirnig. Jetzt sind wir wieder engstirnig. Wir haben eine Erinnerung quasi gerade freigeschalten. und haben erfahren, dass offensichtlich wir die waren, die unbedingt das Haus haben wollten. Und nicht unsere Partnerin. It's good to know. So, dann hauen wir einmal da unten drauf. Dann werden wir wieder weltoffen. Für neue Ideen. Das macht Schaden. Upsi. Ah. Weil da jetzt quasi diese Augen offen sind. Und dann kann ich das hier zumachen. Dann werden wir wieder engstirnig. Jetzt komme ich da drüben aber nicht drüber. Ah, jetzt kann ich mit dem Ding rüberfahren. Und... Jawohl. Und kommen dann bis drüber. Okay. Ah. Make way. Courage coming through. The bridge is closed. Everyone should stay where they belong. No stray thoughts. Ah. This opinion won't let us through. Maybe you'll behave differently if we open the mind. Meinung über Grenzen. Auch ein interessanter Pun. Ah, ich habe da unten was vergessen. Ich habe da unten was vergessen. Ich wollte einmal noch das hier hauen. Die Erinnerung müssen wir einmal noch mit einpacken. So. Und jetzt schauen wir, dass wir open-minded werden. Und fahren jetzt damit wieder runter. Cool. Und was Meinung über Grenzen... So, can you open the bridge now? Please. The bridge is open. Let the thoughts wander freely. I guess being open-minded isn't so bad after all. Huh, Dusty? The opinion was probably so open-minded that it also let the nightmare through. Oh. I didn't think about that. Das ist musikalisch unfassbar stark. Das ganze Ding. Come one! Come all! Step right up! Step right in! Green Valley! Are you ready? The show is about to begin! Yeah! A show! Exciting! Don't get your hopes up, Piper. Getting through the mind's worldview is kind of difficult. It used to be worse. When the mind was young, it was total chaos. Thought blocks just floating and crashing into each other. Ah, things were different before I joined the team. I defeated one of the biggest nightmares during that time. Teen Angst. So, wir sind jetzt wieder narrow-minded. Wie schön. Und damit kommen wir wieder durch. Das Sound des Seins ist unfassbar krass. Und optisch ist es auch unfassbar. Ich bin richtig verliebt in das Game. Holy shit. Ist das richtig süß. Drum roll, please! Woo-hoo! Hey, you there! Bread-fried! What? Me? Wasn't the mind better before that annoying kid and boring wife showed up? No worries! No chores! Just party! Now everything is just messed up and dull! Are you done yet? Not at all! We're here to shake things up! Woo! Dance! Everything is so sane and boring. Everything is nearly dead. Wake up, what you're doing! Immerhin nehmen sie die Meinung danach. Yeah, there's a party waiting. So dance out of it. Come on, control yourself and dance. That goes so pretty. And your autonomy. Be who you want to be. Come on, put none of me. Come on, put on with me. So I can't die nicht kaputt landen. Dance like an idiot. Damn! Oh, ew! Ah, au! Oh! 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 Ich habe sehr viel Leben verloren. Oh! 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 Das war so knapp. Aaaaah. Oh shit. The fear of clowns. Done and dusted. Phew, great work! Just another day at the office. Ja, es war ein sehr knapper Tag at the office. Ja, scheiße. Oh no, sie kamen zurück. Das Nachtmärchen ist schwerer, als es sieht. Kühl dich, Nugget. Sie brauchen nur noch einen Knack. Lass uns diesen Gestern finden. Was passiert, wenn man zu viel Leben verliert? Wir werden es rausfinden. Das wird mir sicher noch passieren. Ich hole mir nur ganz schnell was zum Trinken. Ich bin gleich wieder da. Ich bin nämlich sehr durstig gerade. Oh, ich habe meinen Flaschenöffner vergessen. Oh, ich habe meinen Flaschenöffner vergessen. Oder혀. K schedule orthoschenöffnen. Kili vom Kau responder. Kili vom Kaubern. Oigma de Kauperverápension 3 So, da bin ich wieder. Dankeschön, dass Gabi nochmal an der Stelle für 34 Monate und den Tier 2 Sap. Vielen lieben Dank. Hallo, Sarina. Ich habe jetzt Angst vor Clowns. Wow. Moralische Erhebungen. So. Nice. Ja, ich bin wieder voll Dana, aber. Eingeschön. Und da sind halt noch mehr Toast da, ne? Aua. 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 Was tue ich denn? Es hat niemand gesehen, wie viele Hits ich da gerade kassiert habe. Es hat niemand gesehen, dass das nicht passiert. Ich bin eine gute Spielerin. Okay. Ah, ich komme da nicht durch. Jetzt haben wir die weg. Aber ich habe immer noch nicht so richtig durchschaut, wohin wir jetzt müssen. Ach, okay. Damit bringe ich einfach nur den hin und her. Die Frage ist, wenn ich den jetzt hier habe. Wir kommen halt trotzdem nicht hoch. Was übersehe ich gerade? Oh, doch. Wir kommen hoch. Ah, wir müssen den da wieder rüber ballern. Das ist schon gut, dass der da drüben ist. So. Jawoll. Hatten wir noch eine Erinnerung freigeschalten und ich habe es verpasst? Entschuldigung. Nee, hatten wir nicht. Danke schön fürs Gesundheit sagen. Nee, habe ich nicht gesehen, Lon. Oh, lol. Die Musik ist einfach geil, ey. Holy shit. So, damit sollen wir hier durch. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und da hinten springt noch zwei neue Gegend. Wie soll ich denn da rüber kommen? Oh. Geil. Aber wie komme ich jetzt hier nach hinten? Durchgesprungen. Haben wir hier wieder eine Meinung? Meinung über Abendessen. Jo. 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 Ich hab' gehofft, dass die sich auch gegenseitig töten können. Diese Leute kommen immer wieder. So, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr davon. Und hier noch eine Batterie. So. Was passiert, wenn ich da da drauf haue? Ich würd' halt viel lieber weltoffen bleiben. Ich find' weltoffen viel schöner. Da links ist einer. Boah, dafür müssen wir wieder narrow-minded werden. Niemand möchte das. So. Meinung über Instrumente. Oh. Oh. Aber müssen... wir können mit dem ding halt nicht runterfahren und das ding fährt nur wenn das ding aus ist aber wir brauchen das verstehe ich nicht ich muss narrow meintet sei allerdings meintet sein damit ich dahin komme ich kann das ja von oben nicht hitten oder wie kriege ich das dann hoch ich bin sehr verwirrt gerade wenn ich das hier unten reinpacke dann fährt das aber dann fehlt mir halt oben eins die batterie rausnehmen wenn es gerade oben ist ja oder es funktioniert smart chat smart dankeschön das war sehr smart dankeschön crimson key übrigens auch für die drei monate und ganz viel spaß hier weiterhin vielen vielen lieben dank ein lila stein wo hinter dem haus es gibt irgendwie sehr viele erinnerungen daran wo er wegen der arbeit keine zeit hatte da ist er wieder so da können wir einmal anklopfen gedanken über das klettern ich hoffe going up the moral height is worth your time here the best view comes up to the hardest climb na gut oh gott das ist so viel meinung über soziale medien das ist so viel Ah, ist das ein like-button? Ich werde hier stehen. FOLLOW! Ein like- Ich werde hier stehen. Das ist eine mega lustige Hirnmechanik. Das ist eine mega lustige Mechanik. Nur ist er jetzt leider ohne mich gefahren. FOLLOW! FOLLOW! Unfollow! Ah, wir müssen da nochmal rauf. Die müssen wir alle einmal mitnehmen. Das war zu kurz. Das war zu kurz. Wenn deine Arbeit nicht erwartet, ich glaube, wir müssen die Konzerne übernehmen. Vielleicht wird die Band kommen zum nächsten Mal. Bring on the buckets! Diesmal habe ich keinen Hit kassiert. Das hat geklappt. Ach guck mal, da ist noch ein Toaster. Hier kommt der Encore! Diesmal habe ich einen Hit kassiert. Oh, okay. Hat geklappt. So, hier ist es gerade noch zu. Aber wir haben oben alles mitgenommen, glaube ich. Und... Riottet der? So. Und da brauchen wir jetzt einmal... die gelbe Batterie. Geil. Nice! We did it! Ach du Scheiße. Das sind wieder tolle Gedankenblockaden hier. Da. Ja. Ich habe nicht so viel Dissarray gesehen, seit der großen Karriere-Path-Krisis. Karriere-Path-Krisis. Schöne Sache. Ne, den wollte ich da behalten. Ich wollte den hier treten. Oh. Oh. Es sind so süße Gespräche, die hier geführt werden. Honestly. Es ist richtig süß. Auch die Gespräche, die sie führen. Ey, holy shit. Mal hier. Ich bin jetzt so süß. Ich liebe Stände. Der körperliche Kompass ist vor. Oh nein. Das klingt, wie die Gesture sind da schon. Echt, Sander? Das wusste ich gar nicht. Echt, Sander? Das wusste ich gar nicht. ... ... ... ... ... Warum schreit mich der Berg an? Warum werde ich so angeschrien? Ich liebe es! Es ist nicht etwas, was du sehen in der Mind dieses Tages! Hey! Go nach Party, Dust Bowl! Join you? Ha! You are funny! Yeah! You're breaking the mind, Nightmare! Nightmare? Please! The mind is stuck in its own rigid ways! Just like you two! Lighten up and let loose! Enough one-liners! My sword is gonna crack you up! Do you even hear yourself? You're laughable! Yeah! Woo! When you look into the mirror I start to looking back Break free while you two have the chance It's time to live a little Time to give face away Yeah, be right here, right now and done So here's my conclusion You're living in delusion When are they gonna start? What are they gonna start? Ow! 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 Enough! I'm getting bored! You can fight the earth to be free But you'll never kill it! You have no idea what I can do! Boring! You've got to work on your routine! I'm out of here! Come hit me up! When you're ready to party down! Come on! Come on! Come on! Is that the freedom of the race with the men we're talking about? They got away! Again! I don't think your sword is working! Oh it will! I just... Just help me find a way to get up there! Dusty! Look! The moral compass is broken! All the cardinal stones are missing! Piper! Focus! How do we get to the jester? The compass isn't supposed to be all flat! Without the stones, it won't work! The mind will lose connection to its core beliefs! So the stones will make the compass grow, huh? Sounds to me like a way to get to the jester! Let's find some cardinal stones! The Benedict! That door must lead to the core of the moral compass! The engine room of morality! Oh no! One of the opinions is trapped! Help me! This posture is not good for my back! When you have a heavy thought, it can help to share it! Maybe someone can help you lift it! Come on! The thought is too heavy! I can't lift it by myself! Help me! This posture is not good for my back! Was sagt er jetzt? I want to try all the pastures, but I'm stuck! I might need a specialist! The whole word word! I want to help out where I can, you know? But where to begin? There's an opinion trapped under a heavy thought! Let's start there! Or I could raise money for a charity! Or you could just help us! Or I could start a soup kitchen for the poor! This is going nowhere! One of the other opinions has been trapped under a heavy thought! We need your help! Yeah, I love to help! Let's go! Helping! 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 I love to help! No better time than now! It's time to help out! But the road is blocked! There's so many things to help with! Better go home and contemplate where to start! Alright, let's do this! Alter! Was für ein Dialekt, ey! You do have other tricks up your sleeve than your sword! Well, I... Don't know! I... I feel so light! Warm! Whoa! What's going on? Ooh! Wow! Ooh! 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 A cardinal stone! Helping that opinion must have generated it! Not sure! Wasn't it just hiding under the thought that It... I... I... I somehow feel light and heavy at the same time! The cardinal stone is a powerful object! But... It belongs at the moral compass! Yeah! So it does, Piper! I will return it! I laugh so much, that I get Muscle-Kater in my eyes. In this game! I just have to run constantly. Ich er Meteor and schmunzeln! Und ich merke einfach schon, wie meine Wangen brennen! the socket is empty the socket is empty Die Cardinal-Stone muss hier sein sein sein. Es wird die Gedanke gegründet werden. Der Kompass ist growing! Ich fühle mich. Der Kompass moral ist sich verbunden. Hey, honey, are you sleeping? I'm sorry about your bedtime story tonight. I'll read you a really good one tomorrow, okay? Why are you and mom yelling all the time, dad? Don't you love each other anymore? Don't worry, honey. We both love you very much. Now, sleep tight. No, but he had the question. Let's smash the Jester's sorry-circus-butt into pieces. And he's back. Maybe try to hold on to that feeling a little longer, buddy. No time. If we can get the compass a bit higher, we can get to the Jester. Look, we can go that way now. Er hat's halt nicht beantwortet. Die Kleine hat ihn gefragt, ob Mama und Papa sich nicht mehr lieben. Und er hat beantwortet, mach dir keine Sorgen, wir lieben dich. Das ist gleichgehend mit Nö. I neutered the fear of dogs. Oh, right. That had a chapter in Dusty's dust-ups. Yeah, I made a lot of nightmares bite the dust back in the day. A simpler time. Oh, er hatte Angst vor Hunden. Oh, my God, this is so cute. Oh, my God, this is so cute. Ein alter Gedanke. Anybody home? What's going on here? Get off my lawn. Back in my day, the incoming opinions weren't just standing around. I went into the ethics maze to prove there was to the mind. Move away, please. Ah, es ist einfach genau mein Humor. Gott, was ist das für ein Schmuckstück, dieses Spiel, ey. Ich bin halt krass. Danke für den Tipp. Dafür hätte ich noch ein bisschen länger gebraucht. Ah, aber da unten ist noch was anderes, was wir brauchen. Wir müssen leider nochmal zurück. Perfekt. So, und dann einmal hier runter. Oh, oh, a second shooter. Und voilà. Ich war in die falsche Richtung gedreht. Lasst uns nicht drüber reden. Hey, das lief gut. Er hat unser Schwert geklaut. Was, ne kleine Arschgeige? Dankeschön, Alex, vor 20 Monaten. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Die Maze hat sich geöffnet. Wir können nicht in. Wenn ich nur meine Schwert habe, dann könnte ich die Linie. Die Schöne sind in der ersten Zeit. Die Schöne sind in der ersten Zeit. Ja, aber wie soll ich das denn umlenken, wenn ich gerade, also... Ach komm! Es ist nicht so, dass ich es wirklich benutze. Also, das ist, wo du zuflagst, du kleine... ...und du hast meine Schwert auf der Isle. Orange in der Batterie. Sockel. Kannst du einmal das hier für mich angreifen, bitte? Danke schön. Sehr aufmerksam. Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Ha! Na komm! Wir laufen raus! Ich brauche wirklich meine Schwerte zurück. Ach komm Das One-Shotted die Dinger nicht Das ist ja ätzend Au Dafür macht es mir richtig Schaden Au Ich stecke hinterm Baum fest Komm Komm und jetzt nochmal den hier Dankeschön Und dann nochmal das hier Ich will mein Schwert zurück Geil Ich brauche mein Schwert My trusty sword I feel whole again A touching reunion Open-minded ist great for getting new ideas Close-minded ist great for getting things done The mind needs both Süß I guess no one lives in there Kann ich dem nicht helfen Nice Okay jetzt kann ich mir quasi Das hier einmal nehmen Und kann Oh ich hab ne Erinnerung Wieder ne Ne Ich hab aber die Erinnerung Nicht übersehen oder Da oben ist noch die eine Die müssen wir noch mitnehmen Die konnte ich ja vorher Nicht einsammeln Vor zehn Jahren Wie lang sind wir denn schon mit Angela zusammen Ja warte mal Ich muss hier Erinnerungen sammeln Ah wir brauchen nochmal Na gut Wundervoll Weiter geht's Ich hab am Haus Einen pinken Stein vergessen Echt Nein Nein Ich krieg die nicht mehr Ich komm da nicht mehr hin Die ist jetzt vor immer verloren Die Erinnerung F in den Chat Schade Ethik-Labyrinth Wow It's so quiet in here You can hear yourself think I don't hear anything You don't say Huh What's this When is this line gonna end Hold it The validation mechanism is broken No opinions past this point Until the maze is working again Something must be messing with the system Let's find out what it is Haben sie schon mal versucht Das an und aus zu schalten Als ob Leute so viel drüber nachdenken würden Bevor sie eine Meinung haben würden All these books So much knowledge It's amazing Amazing He 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 Ugh Woooo Books always take you to new and exciting places Ach, du Scheiße. Wie hatten wir links, rechts, sondern ich glaube darauf. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Au. Gut, dass wir alle mitgenommen haben. Tschüss, Lone Wolf. Wir haben uns vertan. Okay, das war richtig. Ah, ich habe eins zu viel. Also eins links, zwei geradeaus und dann eins links. Ich dachte, es wäre drei geradeaus gewesen. Das war mein Fehler. Ei, ei, ei. Aber wir müssen die Rätsel nicht neu machen. So, und dann haben wir das und dann wieder nach links quasi. Und dann müssten wir eigentlich ankommen. Davor müssen wir noch gegen Toaster kämpfen. Klassischer Montagmorgen. Erstmal Aufstand der Toaster besiegen. Ich freue mich richtig, richtig auf dieses neue Warhammer-Content-Dingsbums. Der kriegt gar keinen Schaden von mir. Ah, ich muss den Kopf erreichen. Er sieht aus wie Mr. Pringles. Aufstand der Toaster. Aufstand der Toaster. Aufstand der Toaster. Aufstand der Toaster. Er ist nicht so. Au. Oh, die Fights machen auch richtig Spaß hier in die Bosse, ey. Das macht richtig Laune. Die haben echt alle coole Mechanismen. Hmm, das muss der erste Trial sein. Nur die wiesesten Opinionen machen es durch. Ich hab nicht zugehört. Ich versteh's nicht. Ich bin auch zu blöd dafür. Also nochmal. Die Inschrift auf dem Schrein sagt, nur der Wandel ist konstant. Meinungen ändern sich zu haupt. Sei behutsam und weise, dann läufst du durch und nicht darauf. Wise and slow. Marie ist wesentlich wiser and slower als ich es bin. Normalerweise muss man über sowas immer schnell drüber glitschen. Dankeschön für den Tipp. Das Buch sieht aus, als könnte es eine Streicheleinheit vertragen. Okay, zwei rechts, zwei links. Alter, das Spiel ist mega schön. Holy shit. Ich bin ultra excited. Ich bin ultra excited. Well, if you read one, maybe you'd learn something. Ah. Jetzt. So, noch eins hier lang. Thanks for the ride, little bug. Wahrscheinlich müssen die einen, also die müssen wahrscheinlich so aussehen, als wären sie weiterziehend, oder? Das hat's halt nur geraten. Aber... Okay, das war's nicht. Memory? Wie meint ihr Memory? Memory? Ach, farbentechnisch meint ihr. Auf die Farben bezogen. Auf die Farben hab ich gar nicht geachtet. Das macht's natürlich viel leichter, mit den Farben zu gehen, als mit den anderen Sachen. Okay. Sind wir jetzt schon zwei rechts gegangen, ich glaube. First try. Ja, es war Glück. Ich finde auch die Abwechslung aus Radespielen und Fights gut. Also ich hab das Gefühl, sie haben echt ein gutes Gleichgewicht, wie oft du was machst. Alle sieben Sekunden verliebt sich im Planet. Was würde Piano ohne uns tun? Das nicht schaffen. Offensichtlich. Another Map Room. Hm, that pattern is changed. Ich bin verwirrt. Also wir müssten jetzt eigentlich hier stehen, oder? Wenn ich's richtig im Kopf hab. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt hier lang. Das war falsch. Nee, war doch nicht falsch. Konflikt-Resolution. Ha, muss ein kurzer Buch sein. Wie viele Päger musst du sagen, sie mit deinem Speklauch zu sagen? Oh Gott. Merkt ihr mal, bei welchen von den Büchern alle aufgehen? Das sind die zwei. Das sind die zwei. Das ist nur das hier. Das sind die zwei. Das ist es nicht. Das sind die zwei. Das ist auch... Oh mein Gott. Okay, das sind die zwei. Ah, es verändern sich immer die... Es sind verahmend, verändern sich immer die zwei drumherum. Das, äh, das... Nee. Nee. Doch. Warum bin ich zu blöd dafür? Bitte beantwortet die Frage nicht. So. Ja. Ähm. Nein, jetzt mache ich mir alles wieder kaputt hier. Ich... Ich verstehe nicht, wie ich das... Also... Wie? Ah, ich habe immer nur einen offen. Wie mache ich denn den einen weg? Ich mache mich fertig. Ich mache mich fertig. Wo war ich denn jetzt? Jetzt muss ich nach links, glaube ich, nochmal. Diese Runen keep coming. But this one impales in comparison. Also, da war schon ein bisschen mehr Verzweiflung gerade drin als alles andere. Not gonna lie. Muss ich jetzt nach links oder geradeaus? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich muss jetzt wieder hier... Ist das safe? Falsch. Nein, das ist nicht falsch. So, ich muss jetzt alle so einmal schlagen, dass das einmal stimmt. Jawohl. Und jetzt? Ich weiß, ich habe komplett Übersicht verloren, wie weit wir sind mittlerweile. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Weg ich bin. Ich bin völlig lost in der Bibliothek. Au. Okay. Das eine Auge ist jetzt blau. Ah, und dann kriege ich hier wahrscheinlich das zweite blau. Das eine Auge ist jetzt. Geil. Und jetzt ist das andere Auge rot. Ne, auch blau. Na gut. Zweimal blau. Komm ich da ran? Ja. Bisschen Leben könnte mir ganz gut tun. Okay. Und dann... Oh, nochmal. Noch ein Mr. Pringles. Ow. Ow. Sei nicht gemein, sei lieb zu mir, Mr. Pringles. Au! Danke für die Tanze! Ja, schöne Bewegungen, Dusty! Hallechen der Lazivia, ein wunderschön. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Dankeschön für die Nachfrage. Okay, neue Weisheit. The shrine inscription reads, Taking a moral stand is not always a one-way track. Sometimes it requires two steps forward and one step back. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, gewonnen. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Knowledge is power, Dusty! Arm yourself! You're giving these books way too much credit, Piper. Oh, yeah? Heh. Without them, you would still be stuck in the first room. That's fine. I would just have found another way, like I always... Huh? What's that sound? Oh no! The book leaked the page! The engine page! The book's gonna crash, Dusty! Hold on! Wow! We have the engine page verloren. Wee! What a thriller! Did you land all right, Piper? I'm a bird, Dusty! Fresh rejects! Welcome home, friends! Home? What? No! We need to get back up to the maze! Oh my god! You belong here now! You'll never be discarded again! Yikes! A place for those who didn't make it through the maze! We shouldn't be here! In the ditch! Everyone belongs and no one leaves! Ever! You're one of us now! I don't think so! Let's book a flight out of here! This is from the flying book! It seems the engine page has been ripped in four! The other three pieces must be done here too! What is that for a opinion? Can I talk with him? I hope you enjoy your stay in the ditch! Forever! Man! We need to get out of here! What are the little, radicalized opinions? A verworfene opinion over astrology! Why? That piece of paper you got there! I need that! Fell from the sky! I think it's my horoscope! No! That's a piece of the engine page! It says I am driven! And oil consuming! This is so true for me! What? Dusty! I bet we can find something that fits the sky even better! And make a trait! I wish I had two noses and one ear! So I could smell in stereo! What? What? What does that mean? What? What? Yes! Forget about cleaning up! We'll just build a spaceship and terraform another planet to live on! Easy as pie! It's really a No! But if we find an opinion with something a little more useful to say then we could put it in the notebook! What? 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 You are extroverted! Affable! And social-gründer! Ach nicht. Ich habe gehört, das kann man als Meinung verkaufen, mein Selbsthilfe-Coach. Okay, hier haben wir noch ein Buch. Ach du Scheiße. Das sind wirklich die Schwurbler. Verworfene Meinung über Führung. Da wäre Kira. Da wäre Kira. Oh, ich bin so lonesome in this but now that you are here, let me tell you all about the little people living inside the radio. Oh, das habe ich auch gedacht. Ich habe als Kind auch immer gedacht, dass die Leute, also, dass alles, was im Radio gerade läuft, alles gerade live ist. Und dass auch die Musiker, also die Musik, die im Radio gespielt wird, dass die Musiker halt zum Radio kommen und das dann dort live vorführen. Und es dann dort live im Radio aufgezeichnet wird, damit das Radio es dann danach noch öfter abspielen kann. Niemand hat gesagt, dass ich als Kind besonders klug war. Aber der Bossy Dude müsste die doch bewegen können eigentlich, oder? Oh, okay. Okay, team. We might have been discarded, but let's tell our friends what we really are. Seatbelts are for the week. The chemtrails will kill us. Climate change won't affect me. I can't still drive cause it's only my fifth beer. Crystals will heal my leg. Vaccines cause autism. Those new fax machines are great. A silent fight is a wasted opportunity. Nobody knows all the trouble we see. But we're all firm beliefs. And someday we will be set free. Pineapple pizzas rock. Real men should not cry. You can always trust the cops. The toilet paper should roll towards the wall. Kids should be seen, not heard. I look good with a mustache. Reptilians rule the world. I don't need to go to the doctor with this growing mold. Nobody knows all the trouble we see. But we're all firm beliefs. And someday we will be set free. It's amazing. I feel like... It's so amazing. Musik Getting another child will save this relationship Elvis is still alive I can so do a backflip I'm young and I'm never gonna die And I am significant in the greater scheme of things Nobody knows all the trouble we see But we're all firm beliefs And someday we will be set free Es ist das beste Spiel dieses Jahres, holy shit. Es ist so gut, oh mein Gott, ich bin so in love. Es ist einfach das beste Spiel für dieses Jahr. Das ist mein Game of the Year, quasi mein erster Game of the Year Kandidat für dieses Jahr. Holy fucking shit. Es ist so gut. So. Wir müssen jetzt dem Dude noch irgendwas anderes geben. Damit er uns das gibt. Er wird uns das... Wir brauchen ein Horoskop, das drin ist. Das ist über Anatomie. Hatten wir irgendwas über Horoskope drin gefunden? Ah, über den Mond. Der Mond ist mehr wichtig als der Sonne. Es bringt Licht in der Nacht. Der Sonne ist einfach aufgeräumt, wenn es bereits Tag ist. Oh Gott. Kann ich denen eine... Ja, niemand möchte das da reinschreiben. Ich habe bis jetzt nichts Usefulles gefunden. Die Selbsthilfemeinung. Oh, die Selbsthilfemeinung ist vielleicht gar nicht so blöd. Aber wir haben da oben noch eine Erinnerung. Genau. Die packen wir erst noch mit ein. Hä? Entschuldigung. Selbsthilfe-Ding habe ich noch nicht probiert. Aber das klingt ganz gut. Dankeschön, Chat. Ähm. Geil. Jetzt haben wir einen wunderschönen Text über Selbsthilfe. Das ist ja toll. Oh, was ist das da unten für ein Dude? Mit dem hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gesprochen, oder? Ne, doch. Den hatten wir auch schon. Danke, Chat, wegen Gesundheit. Ein Selbsthilfebuch. Hey, Starman. Have a look at this. You pride yourself as an independent thinker and do not accept other's statements without satisfactory proof. Woah. This is so true for me. Yeah, right? That's totally you. If someone wrote it down, it must be true. This must be my horoscope. Okay. Yeah, you can have this old engine thingy. It was kind of grinding my gears anyway. Finally. That's the entire engine page. Oh, gosh. Great work. Let's get into the flying book and get out of here. Ne, das geht nicht, Mopsi. Aber wenn du einmal über den Link draufklickst, ist das schon coolio. Weil dann sehen sie, wie viele über den Link reingeguckt haben, um sich das Spiel zu suchen. Wir haben das Buch gerettet. Wir müssen nur aufpassen, dass wir keine shitty Opinions mitnehmen. Oh, look at it, Flap. I think it likes you, Dusty. Okay. Let's just get out of this place. Ja, aber bitte, bevor irgendwelche shitty Opinions entkommen. Aber immerhin hat er die Opinions abgeworfen. Aber wenn du eine retten müsstest, welche? Wenn ich eine von den shitty Opinions hätte retten müssen, dann hätte ich die über Anatomie mitgenommen. Mit dem mit zwei Nasen oder was das war. Die richtet zumindest keinen Schaden an. Okay, einmal nach rechts und dann zweimal nach links. Wo ich glaube, wenn wir nochmal nach rechts gehen, kriegen wir noch eine Erinnerung. Ich glaube, das ist dieser rosa-rote Strahl gewesen. Komm. Lass uns das mal ausprobieren. Ob wir da dann wirklich eine Erinnerung bekommen. Ja, da kriegen wir richtig viel Erinnerungssoße. Wir hätten das vorher auch mitnehmen sollen. Ich wusste nur nicht, dass das erinnerungslos ist. Scheiße, wir haben richtig viel verpasst dann. Ah, cool, jetzt bewegt sich's. Das macht's natürlich noch viel besser. Das war der da, glaube ich, ne? Ja. So, das war der lila, ne? Den hatten wir noch nicht. Das ist gelb. Das ist blau. Das müsste der gewesen sein. Das ist lila. Das müsste der sein. Das war gelb. Nah, shit. Ja, okay. Das heißt, das war der... Das war der rote. Das war der rote. Das war der gelbe. Dann war das da der andere gelbe. Dann war das der blaue. Boah. Ich glaube, es war der... Ja. Lila und lila. Nice. Ähm, und dann geht's nach links. Ich liebe Memory. Aui. Ich weiß gar nicht mehr nochmal hier lang. Ich hab vergessen, wo wir hin müssen. Wir kommen jetzt wieder zum Anfang, ne? Oh, doch nicht. Doch. Ja, ja. Wir sind wieder zum Anfang hin. Schütteli. Äh, aber wir haben das eine mitgenommen. Das heißt, zweimal links, einmal geradeaus. Wir haben so viel Erinnerungssoße vergessen, weil ich nicht wusste... Hä? Weil ich nicht wusste, welchen Weg ich... Ah, erst einmal rechts. Upsi. Weil ich nicht wusste, dass diese roten Dinger Memory-Steine sind. Und ich die dann gedodged hab. Gibt es auf Steam Memory-Games, wo man nur Memory spielen kann? Was bringen die Erinnerungen? Man erfährt mehr über sein Leben. Darüber, wer er ist. Ah, und jetzt kann ich hier noch eine neue holen, oder? Wenn ich das richtig verstanden hab. Ah, was ist das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Denn, denn... Denn, denn, denn... Ist das das? Ja. Das müsste das da sein. Jawohl. Da, denn... Da, da, ist das da. Geil. Äh, wo muss ich lang? Das habe ich mir nicht gemerkt. Oh, dankeschön, Jim Crafter. Vielen lieben Dank für die zwei Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist super nett. Dankeschön, dankeschön. War es links? Ich weiß es gar nicht mehr. Rechts unten? Nee, doch nicht rechts unten, oder? Ich gehe nochmal gucken. Weil wir haben ja hier jetzt so einen neuen Weg. Seht ihr? Links. Also wenn wir jetzt hier sind, dann sind wir jetzt quasi einmal so, so und dann jetzt drauf, oder? Ihr sagt alle links. Dann vertraue ich euch. Dann vertraue ich euch. Oh Gott, das ist wieder der gruselige Wahnsinn. Und jetzt? Hey, Mr. Ambo, ich habe mich gut erholt. Danke der Nachfrage. Au. 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 Nochmal rechts. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ah, noch mehr Minds-Sauce. Und jetzt wieder zurück, oder? Weil die Minds-Sauce war ja so ein was, was zum Extra-Abbiegen war. Und dann links. Ja, das ist halt geil, wenn man das mit seinem Chat spielen kann, der einfach mehr aufpasst als ich. Geil. Und jetzt könnten wir zweimal nach links gehen und könnten damit Minds-Sauce mitnehmen. Dann kriegen wir vielleicht noch die Minds-Sauce, die wir verloren hatten. Geil. Und dann noch mal nach links. Und dann noch mal nach links vom Einzug. Jawohl. Ey, reicht das für eine neue Erinnerung? Boah, das wird sich ganz knapp nicht ausgehen, oder? Ja, das habe ich befürchtet. Ich hatte gedacht, wir kriegen gleich eine neue Memory. Schade. Schade Schokolade. Ach, du heilige Scheiße. Okay, ähm... Das wäre das hier. Genau. Das ist bereits falsch. Wir müssen den hier nehmen. Dann können wir... ...den hier nehmen, für das obere. Dann nehmen wir den noch dazu. Und dann... ...kommt noch der da dazu. Geil. Und dann kriegen wir hier noch mal links. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, ich bin jetzt wieder beim Anfang. Also so, ich hätte noch eins rauf müssen. Eins links. Zwei rauf. Dann wieder links. Alter, mein Gehirn. So. Genau. Und jetzt noch mal eins rauf. Perfekt. Oh Gott. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier nach oben... ...für noch mehr Charts. Ich würde bei so einem Game sowas von Lost... ...nein. Man muss nur... ...ah, das ist das letzte Board. Und dein Treuhhaus ist fertig. Was ein tolles Weekend, das wir hatten. Nur du und ich. Oh. Warum ist das golden? So, und dann wieder zurück. Und jetzt? Oh, und jetzt? Entweder rechts oben oder rechts unten. Und ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Rechts oben oder rechts unten, Chad? Nee, kenne ich noch gar nicht, Mopsi. Rechts unten? Ey, ich hoffe auf euch, ne? Ich hoffe sehr auf euch. Oh Gott. Noch so eins. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Geil. Und dann? Und jetzt? Boah, das war richtig. Glück gehabt. Und zwar geraten. Gut. Ein Auge. Boah, wobei ich glaube, dieses Mal sind es drei Augen, die wir öffnen müssen, ne? Ja, dieses Mal geht auch eins hier in diese Richtung. Geil. Oh. Schön. So, damit ist das Auge weg. Kann das sein, dass 50% die Erinnerung und 100% den goldenen Rahmen freischalten? Das zweite Symbol 100% seid, was nach einem Kreis der Erinnerungen Rahmen aus? Das ist gut, aber dann weiß ich nicht, warum nur die zweite Erinnerung die 100% bekommen hat. Ach so, wahrscheinlich, weil ich nur dort alle erwischt habe, ne? Ohne einen zu übersehen. Das ist möglich. Ah, ich krieg hier richtig krass aufs Maul. Dazwischen ein bisschen konzentrieren ist gar nicht so schlecht. Oh, mega cool, Buki. Freut mich auf jeden Fall. Ganz viel Spaß damit. Nein, ich bin kein kleiner Teufel. Ich bin der kleine Verstandskämpfer. Der, ich bin so eine kleine Wollmaus, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh Gott, wieso habe ich so wenig Leben dazu bekommen? Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Pain! Oh, Pain! Aber es ist nett, dass die nicht zeitgleich angreifen. Also der Kreisel und der Mr. Pringles. So, letzte Angriffsphase. Das schaffen wir. Ja! Gott sei Dank haben wir Leben zurückbekommen. So. Hatte ich die bei den letzten Malen immer übersehen? Boah, ich hoffe nicht. Gefahr, der Erleuchtern ist schwer zu erkennen. Süß. Süß, süß, süß. Müssen die Gedanken all diese Tests jedes Mal alleine schaffen? Das ist ja richtig hart. Oh, so süß. Gott, ich liebe solche Rätsel. Also, wir kommen von dem hier nur über diesen Weg hier raus. Das ist schon mal klar. Das heißt, wir kommen von dem Weg hier nur darüber oder da würden wir auch hinkommen. Aber da wir mit dem nicht darüber kommen, muss es der andere sein. Es muss also auf jeden Fall der Weg hier sein. So, das heißt, wir nehmen den. Da gibt es nicht viel anderes. Dann müssen wir mit dem hier so arbeiten. Aber das verläuft ins Nichts. Das kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Das stimmt was nicht. Aber der kann nicht anders kommen. Ich kriege den Dach so da unten nicht raus. Und der kann auch nicht anders, oder? Nee, der kann nur so am Anfang drehen. Ah, den kann man auch drehen. Das hatte ich nicht gesehen. Dankeschön für den Hinweis. Ja, dann müssen wir über den Weg gehen. Okay. So. So. ich liebe rätsel ich dachte dass anfangs den kann man nicht bewegen ein instrument turns on validation i will serve the mind to the best of my abilities oh man so man go that feeling whoa here it comes another cardinal stone see the stone was generated getting through the maze was an act of wisdom yeah it does seem that way i guess you got that one thing right berniechen fenris watch ja mega i did whack a bunch of stuff yeah it wasn't just the wacking yeah you're right i also rolled ich wollte einmal noch gucken ob die da jetzt unten alle durch kommen aber das sieht man leider nicht mehr dafür können wir jetzt hier noch eins reinpacken okay here we go again the cardinal stone of wisdom oh das ist so schön wundervoll by the way leute ich streame morgen am vormittag das habe ich noch gar nicht angekündigt and think about that garden in the summer oh we should get a swing set too we haven't signed yet the budget is going to be tight the mortgage and that student loan we've already been over this angela i can make it work we just gotta think outside the box yeah i guess the moral compass is aligning itself i feel the core reverberating knowledge speaks wisdom listens exactly the core knows its wisdom so maybe you should listen knowledge speaks piper hey thanks gold the bird brain i'm up here remember are you joining the fun or what oh just you wait my sword is gonna crack you up boom your act is so predictable always doing what's expected of you come say hello but you're ready to make some actual change yeah if we can just find one more cardinal stone we can raise the compass high enough to get to the gesture so leute ich würde an der stelle vor heute meinen schlussstrich ziehen und würde das spiel morgen weiterspielen ich finde es mega mega schön und ich würde das gerne mit euch weiter erleben aber mein gehirn ist vor heute einfach richtig durch es war wundervoll mit euch es hat richtig 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 spaß gemacht ah und da gibt es auch einen zwei spieler modus es ist wunderschön ey es ist richtig richtig schön und dann ein und und und